wie heißt du ich heiße ich hab hunger ich schau mal okay ich hab das hier gefunden wo kann ich mein Auto parken okay hier ist das was ich gefunden habe wer ist Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ist zur Zeit als Stürmer für die Mannschaft Real Madrid tätig wer ist Johnny Depp gut sieh mal was ich gefunden habe ich will angeln ich habe das hier gefunden rocken 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 Vielen Dank.